Das ist nicht so ein Reh. Wie heißt es so schön? Hand on demand, die besten Jagdfilme im Netz und ich glaube, das ist einer der besten Weizenschweinteile, die wir jemals gedreht haben. Ob das wirklich so ist, liebe Hand on demand Abonnenten, ist am Ende allein ihr entscheidend. Noch kleben überall die Weizenblüten. Für uns ist jedoch klar, dass Weizenschweine 9.0 richtig gut lief und es keinen Vergleich gab mit dem Jahr 2022, in dem wir 8.0 drehten und quasi richtig Probleme hatten, Schwarzwild überhaupt in Anblick zu kriegen. Vielleicht spielte das Wetter eine Rolle, denn endlich hatten wir mit dem Koppelmann mal nicht mit Trockenheit zu kämpfen. Doch wohl eher lag es daran, dass in der letzten Drückjagd-Saison viele Reviere mit angezogener Handbremse gejagt haben. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit Weizenschweine 9.0 und wir starten den ersten Pirschgang am 6. Juni in einem Mecklenburger Feldrevier. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.